Hi Leute, wir sind's wieder, Chiara und Yelena und dieses Video geht an Bibi. Ja, Bibi, wir finden dich richtig cool und den John-Lena-Fundbass, den Blue-Tasty-Donut, der riecht richtig gut und ja. Und wir wissen einfach nicht, was wir sagen sollen. Du hast immer so tolle Ideen für deine Videos und steckst immer so viel Arbeit rein. Und dann alle da draußen, die Bibi genauso toll finden wie wir, gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben.